Das Seniorenheim Eilenriede Stift Hannover verpflegt aktuell 400 Essensteilnehmer mit drei Mahlzeiten täglich und mehreren Menükomponenten zur Auswahl. Die Gesundheit unserer Bewohner liegt uns sehr am Herzen, daher erhalten sie eine zeitgemäße und gesunde Verpflegung in höchster Qualität. Wir achten jedoch auch bei unseren Produktionsprozessen im Background auf höchste Qualität und setzen daher auch moderne, nachhaltige Technologien ein. Um zum Beispiel eine sichere und hygienische Entsorgung der Speisereste zu gewährleisten, haben wir eine Speisereste-Entsorgungsanlage Wastestar CC im Einsatz. Für uns bedeutet das eine enorme Zeitersparnis, da wir früher die Essensreste in Mülltonnen verfrachteten und dann nochmals umlagern mussten. Die Mülltonnen mussten danach manuell gereinigt und desinfiziert werden. Ebenso fällt die zusätzliche Kühlung weg. Schön ist auch der Nachhaltigkeitsgedanke bei diesem System. Die aufbereiteten Speisereste wandern in einen Sammeltank und von da aus werden sie vom Entsorger zur Aufbereitung in Kompostier- oder Biogasanlagen wiederverwertet. So wird am Ende noch aus Müll wertvoller Rohstoff.